Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. Wir sind immer noch hier unten beschäftigt. Ich habe inzwischen schon hier die Seite fertig gemacht. Das muss jetzt alles noch hoch wachsen, dass das alles Source-Blöcke werden. Die Pisten sind verbaut und hier auf der rechten Seite habe ich schon ein bisschen mehr gemacht. Also dann gibt es hier unten eben die Redstone-Verkabelung. Darf ich jetzt erstmal nicht aktivieren. So, und dann sind wir schon hier oben. Und da wird es folgendermaßen sein. Wir können hier gerade mal... Das Wasser machen wir mal weg. Also, oh shit, unsere Spitze... Ah, okay, wir haben noch eine. So, hier wird das Wasser rauskommen. Wie ihr seht, es wird dahinter geschwemmt. So, warte mal. Ja, ich dachte, da wäre ein falscher Block. Also, das wird dahinter geschwemmt. Dann wird es hier vorgeschwemmt. Und dann wird es hier vorgeschwemmt. Und landet dann hier unten. Idealerweise hier in einem Hopper. Den müssen wir jetzt aber erstmal noch craften. Dazu brauchen wir Eisen. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache das hier in... Wo ist denn Eisen hin? Ich mache das hier in Kisten rein. Habe ich eigentlich gedacht. Aber, meine Idee ist jetzt, wir könnten das wahrscheinlich... Sogar viel weiter treiben, die ganze Geschichte. Wir könnten das wahrscheinlich so weit machen, dass das in den Ofen kommt. Das kommt in den Ofen und vom Ofen direkt wieder in die Kiste. Dann hätten wir nämlich den Seetank auch schon fertig gebraten. Das wäre ideal. Aber ich weiß nicht, wie ich das am besten anstelle. Deshalb machen wir das mal so. Den machen wir nochmal da oben rein. Und dann braten wir die ganze Geschichte. Und ich gucke mal, ob der Ofen das einfach so weitergibt oder nicht. Dimm, 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 dimm. Der gibt es weiter in die Kiste. Hammergeil. Okay. So, dann funktioniert das schon mal. Jetzt muss man natürlich den Ofen auch noch befüllen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das Ganze vonstatten geht. Das ist ein Zehn drin. Okay. Also es funktioniert zumindest schon mal. So weit komme ich. Ich nehme mal alles aus. Okay. Gut, das fällt rein. Also das funktioniert auch. Dann können wir den komplett durchlaufen lassen. Dann wäre wahrscheinlich nochmal ein Hopper sinnvoll. Wo wir die Kohle in reinfüllen, beziehungsweise unser Brennstoff. So, aber das hier ist schon mal sehr nice. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich das hier oben reingebaut kriege. Am besten schauen wir mal kurz, wie das geht. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz brauchen wir noch. Damit wir noch ein paar Drohnen machen können. So, Drohnen brauchen wir sowieso. Also davon kann man nie genug haben. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier jetzt anordnen. Wer bringt es wirklich? Okay, da ist kein Brennstoff mehr. Eben, das ist unser Problem. Könnte man das wieder? Man könnte das auch. Warte mal. Warte mal. Ich habe noch eine andere Idee. Man könnte das, glaube ich, wenn das funktioniert, richtig automatisieren. Okay, okay, okay. Achso, nee, den normalen Kelp kann man ja nicht. Doch. Hä? Also, der rutscht nur da rein. Okay, nee, aber das ist ja, das ist ja schon, oh gut, kein Platz mehr. Ist ja schon mehr, wie wir eigentlich erhofft hatten. Dann können wir hier mal ein bisschen noch den Ausbau vorantreiben. So, wir brauchen hier unten zwei Kisten, die unseren fertigen Seetang auffangen. Das passiert immer wieder, dass der die Kisten auseinandersetzt. Ich möchte aber eine Doppelkiste haben. So. Und zwar machen wir das doppelt. Hä? Hallo, warum kann ich denn da nicht rübersprengen? So. Dann kommt hier ein Hopper hin. Muss man das Zeug hier abbauen. Brauchen wir nämlich. Äh. Ja. So. Lass mich kurz überlegen. Der Hopper soll einfach in den Hopper fließen und hier der Hopper in die obere Kiste. Dann haben wir nämlich zwei Kisten, die die ganze Geschichte befeuern. Und das war es eigentlich schon. War es wirklich so easy? Brauchen noch zwei Hopper und dann dann haben wir hier ein geiles System am Start. Und das wird Hammer. Also, dass man das automatisch schon brennen lassen können. So. Gut. Das müsste wirklich schon alles gewesen sein. Ich mache hier mal zu. Und dann würde ich das gerne testen. Wir haben ja 14 von den Dingen. Wir müssen halt irgendwie noch an die Öfen rankommen. Da muss ich mir noch was überlegen. Wir müssen ja je nachdem die Öfen auch mal wieder befeuern. Also müssen sie befeuern. Ich gucke mal gerade wo ich die Sätzen habe. Von hier oben komme ich nicht dran. So. So. Mal gucken. Okay. Okay. So, das sieht jetzt halt von hier innen auch nicht schön aus, aber wir müssen ja irgendwie die Öfen noch befüllen können. Oder wir kriegen es... Doch, wir kriegen es noch schöner hin. Lass mich mal kurz machen. Wir brauchen nochmal zwei... 2... Wir brauchen noch eine Kiste. Nehmen wir eine Doppelchest. Und dann brauchen wir nochmal zwei Hopper. Und dann ist es das ultimative. Die ultimative Farm. Das glaubt ihr aber. Wenn wir dann noch automatisieren, dass... Warte, ich muss mal hier gerade den Eingang suchen. Wenn wir dann noch automatisieren, dass der automatisch das Zeug abfarmt, geht... So, warte. Also, mein Gedanke war... Nein, das geht nicht. Da müsste man noch eins höher gehen. Aber ich weiß nicht, ob der dann noch... Ob der dann noch richtig funktioniert. Weißt du, mein Gedanke war hier, jeweils einen Hopper dran zu pflanzen. Und dann hätten wir... Doch, ich... Ich baue es halt so, dass wir von oben dran müssen. Aber es ist halt besser, dass wir da dann einen Speicher an Brennstoff haben. Ups. Ist auf jeden Fall besser. Müssen wir halt hier hoch. Und dann... Hier müsste die Kiste drunter. So. Hier jetzt die Kiste hin. Natürlich eine Doppel-Jazz, bitte. Da habe ich jetzt wieder irgendwas da reingeflutscht. So. Und theoretisch würde jetzt hier eben Kohle reinkommen. Die läuft dann in die Öfen. Jetzt ist nur die Frage, ob das hier auch über die Kante läuft. Sollte eigentlich funktionieren. Hopp, balla hopp. So, also. Das Beispiel funktioniert so. Hier kommt der Seetank her. Ja, vielleicht sammle ich den nicht gleich selber auf. Der läuft hier lang, landet in den Hoppern. und wird dann gebrannt. Hallo? Wenn er gebrannt ist, landet er hier in den... Achso, das war vielleicht ein bisschen doof. Landet er hier in den Kisten. Tada! Hammer, oder? Ist doch cool. Ich kann das jetzt halt noch nicht testen. Das wird man in der nächsten Folge nochmal machen. Weil hier muss auf jeden Fall der Seetank komplett hochwachsen. Außerdem müssen wir ja oben noch die andere Seite wieder bauen. Haben jetzt wieder nur die rechte Seite gebaut. Aber dann kriegen wir hier fährigen Seetank raus. Und den... Habt ihr das gesehen? Da kommt noch was an. Und den machen wir dann wieder zu Seetank. Blöcken. Und das wird unser effektivster Brennstoff dann. Also. That's it. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, auch wenn es euch weitergeholfen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.